Susi Brandt Guten Abend. Das Wetter hat uns an diesem Samstag ja böse im Stich gelassen. Da musste man sich den Frühling irgendwie anders einverleiben. Das Frühlingsgemüse schlechthin ist der Spargel. Ob mit Soße, Hollandaise oder brauner Butter oder hier einfach nur mit Meersalz, ist derzeit in aller Munde. Noch etwa sieben Wochen bis zum Johannistag geht diese Spargelsaison in Deutschland. Und diesen grünen Spargel hier, den muss man ja kaum schälen. Ein bisschen hier unten, aber ansonsten eigentlich immer ganz schick. Aber der Weiße, der hat es ja manchmal ganz schön in sich. Das sehen wir an diesem Wochenende auch in Zerbst. Heute schon gewonnen hat diese Frau. Heike Bremer aus Wernigerode wurde heute zur Spitzenkandidatin der Landes-CDU für die Bundestagswahl gewählt. Und das mit satten 92 Prozent der Stimmen. Seit acht Jahren sitzt sie bereits im Bundestag und wird dort wohl auch weiter bleiben können. Dann aber wahrscheinlich als einzige CDU-Frau aus Sachsen-Anhalt. Alexander Botwig hat berichtet. In Sachsen-Anhalt verbindet die Straße der Romanik Dome, Burgen, Klöster und Kirchen. Wie wird die Straße attraktiver für Besucher? Für die besten Antworten auf diese Frage wird jedes Jahr der Romanikpreis ausgelobt. Eine Idee von Schülern wurde heute mit der Goldmedaille des Romanikpreises ausgezeichnet. Sie zeigt, dass Kirchengeschichte so richtig spannend ist. Wirtschaftsminister Armin Willingmann, der freute sich mit den Preisträgern im Kloster Jericho. Und jetzt wollen wir Ihnen natürlich auch zeigen, wofür die Jugendlichen geehrt wurden. Die weiteren Meldungen des Tages hat Isabel Hartung für Sie im Blick. Nur acht Jahre brauchten Mönche im 12. Jahrhundert, um das Kloster Poser bei Zeitz fertigzustellen. Nach einer bewegten Geschichte wurde es 400 Jahre allerdings später aufgelöst und abgetragen. Vor ein paar Jahren haben sich engagierte junge Leute der alten Mauern angenommen, um ihnen neues Leben einzuhauchen. Und seitdem sind Kunst und Kultur hier nicht mehr wegzudenken. Auch ein Kinobesuch läuft hier anders als gewohnt, wie unser Reporter Tino Wiemeyer bei seiner Erkundungstour erfahren hat. Stell dir mal vor, da treten erst mal die Hälfte nicht mehr mit. Flacker, flacker, flacker. Also nicht nur unser Kollege Tino Wiemeyer ist heute richtig ins Schwitzen gekommen. Die Fans, die Spieler des 1. FC Magdeburg, die wohl auch. Also hoffentlich war es kein Angstschweiß. Denn der FCM ist ja bekanntermaßen auf der Zielgeraden der Saison. 2000 Kilometer, da bin ich schon schlagfertig, wenn ich es nur höre. Gönnen wir uns also ein bisschen Ruhe, oder? Jeden Sonnabend lassen wir ja die Städte links liegen und widmen uns hier in der Sendung dem Landleben. Auch um ihnen Lust auf einen Ausflug ins Grüne zu machen. Dieses Mal gehen wir mit ihnen in die Altmark, nach Krumke bei Osterburg. Richtig, was los ist auch in Wittenberg. Das feiert nicht nur Reformationsjubiläum in diesem Jahr, sondern auch 10 Jahre Wittenberger Radsporttage. In diesem Jahr ist dort die ehemalige Radsportlegende Jan Ullrich in die Pedale getreten. Der Mann, der nach seinem Triumph bei der Tour de France im Jahr 1997 eine wahre Radsport-Euphorie in Deutschland ausgelöst hatte. Aber durch Dopinggeständnis und private Verfehlungen in die negativen Schlagzeilen rutschte. Doch von seiner Zugkraft hat Ullrich über die vielen Jahre nichts eingebüßt. Und jetzt gucken wir noch ganz kurz nach Harsleben bei Halberstadt. Mit 2350 Einwohnern ist Harsleben das größte Dorf im Landkreis Harz. Deshalb ist immer was los und vor allem ist Musik drin. Wie dieses Derby gegen den Ortsrivalen ausgeht und wie liebevoll Harsleben seine Traditionen pflegt, das können Sie dann morgen schon ab 9 Uhr hier im MDR Fernsehen erleben. Wenn es wieder heißt, unser Dorf hat Wochenende. Und wir verabschieden Sie jetzt auch ins Wochenende und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Tschüss, bis morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017